So, herzlich willkommen. Ja, ist ja gut. Aua! Was war da denn los? Ja, man weiß es nicht. Ich würde sagen, geh ich mal lieber zum Arzt. So, meine Damen und Herren, was haben Sie hier mitbekommen? Schauen Sie mal das hier. Eine neue Sexstudie. Wussten Sie, wer beim Sex direkt hinter dem Kölner steht? Ein anderer Kölner. Verstehen Sie? In Köln gibt es sehr viele Schwule. Ja, und die, Sie wissen, Analverkehr, oder? Stehen dann hinter dem anderen Kölner. Also der andere Kölner steht sozusagen, oder? Steht, also kommt hinter dem Kölner. Weil, also der hat die Hosen sozusagen runter. Sensationell, oder? Ah! Ah!